Hadith an! Hadith an! Hadith an, San Diego! Hadith an, Kollege! Hadith an, Farid, Bank, Bank, Bank! Schauen wir mal, ob das was für uns ist. Da ist noch eine weitere Person hinzugekommen. Maybe you can share Moïse about yourself, maybe your name. Ich habe ein bisschen mehr Geld als ihr Penner. Hm? Okay. Da war er doch. Da war er gewesen. Das hatten wir auch noch nicht. Vielleicht ist das eine Teilnahme, die wir rausschieben. Nicht besucht haben. Ich bin der Mann in der Mirror, Bro. Ich bin shit. Schreibt mal in den Chat rein. Jetzt haben wir noch den Moïse oder die Moïse Mirror. Vielleicht auch die Frage an dich, Moïse, bist du neu? Ich habe noch Zeit. Ich bin erst 33. Ich habe genug Ziele, aber das Ziel bist nicht du, Hadith an, Dalek. Hör auf, mit mir Hype zu generieren. Ich muss nur meinen Leuten Bescheid sagen, warum Hadith an, Dalek alles von uns entfernt hat. Danach Hadith an, Dalek, bist du wie immer frei. Geh doch zu San Diego. Heiratet ihn und macht Content. Okay? Mit wir oder mit den F***sten? Okay. Okay, alles klar. Ah, du bist ein Eingangler. Ein paar Sekunden später. Also herzlich willkommen nochmal. Weißt du, was das heißt? Dass du diesen Drip kauen sollst. Machst du ihn vielleicht mal? Bei deinem Vater ist der ja so. Sonst wäre sie nicht so eine Hadith an, Dalek wie du. Verstehst du? Weil wenn du so eine Hadith an, Dalek bist, heißt das, dass deine Vorfahren genau solche Hadith an, Dalek waren. Ja, genau, genau, genau. Wir haben hier irgendwie auch noch irgendwelche... Mach mal. Entfernen, danke. Welcher Kompetenz willst du jemanden, also ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, das Geld aus der Tasche ziehen, damit nachher jemand so gut ist, dass er oder sie damit Geld verdienen kann. Das verstehe ich an einigen Stellen nicht. Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Darum lauf ich von mir selber weg. Versteht ihr das? Den kannst du rauskicken. Ja, ja, hab ich mir auch grad gedacht. Ich muss noch zu... Das ist... So, da lernen wir gleich, wie wir als Speaker mit Überraschungen umgehen aus dem Publikum. Ja, genau. Ja, aber man auch gerne... Jetzt können wir nämlich mal die Spreu vom Weizen rauskicken. Sind... Also die Krankheiten entstehen nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein ganz, ganz langer Prozess. An meinem Körper gibt es viele Tattoos, weil ich das Leben wie ein Spiel betrachte. Okay. Du siehst so deine Hände. In seiner Klasse bist du ein Kastler und sieht das klasse aus. Anja, kannst du den mal stillschalten? Aber ich find's krass. Gut. Danke. Okay. Wo kam jetzt das her? Keine Ahnung. Cool. In unserer Frauenrunde wollten wir mal einen Mann einblicken. Johanna, war ich von dir? Nein. Ich war ganz still hier sitzen mit meinem Blatt und Stift. Ne, ne. Alles gut. Ist ja lustig. Okay. Na gut. Er hat auch mal eine Bühne gebraucht. Ah, okay. Also, wo waren wir stehen geblieben? Nehmen wir einen Platz ein. Du bist die Große. Du musst auf die Kleine schauen. Übernimmst du die Mutterrolle. Oder die Vaterrolle. Aber komm in den Ring, Farid. Bitte. Komm in den Ring, Farid. Komm so in den Ring. Was ist das, Marion? Du bist MMA, Bro, Farid. Du bist der Härteste. Marion. Komm. Hast du was eingeschaltet? So. Rieb mich weg, Bruder. Du bist doch hart. Hör auf, Promo zu machen für eure Disstracks. Marion, bist du das? Es geht nicht um Disstracks. Es geht um das. Komm. Komm, Hadith Andalok. Farid, komm, Hadith Andalok. Marokkanischer Kurk. Komm, Farid. Niemals darüber nach, was sie wirklich wollen. Eine energetische, wenn ich jetzt den ganzen Tag jammere oder mich in meinem Leben permanent über Dinge beschwere. Und ich habe ein bisschen mehr Geld als ihr Penner. Bitte. Hallo. Okay. Das war ein kleiner Einsatz. Was ist mit den Pennern? Versteht ihr jetzt, wer ich bin, Digga? Ich bin der Man in the Mirror, Bro. So. Ich beschütze sogar Hosts, weil ich sage, Digga, ich habe mit denen Kinder schon, Digga. Fuck. Ich habe Fehler gemacht. Ich tue jetzt so, als ob es eine Prinzessin ist. Wären wir jetzt einmal. Wow. Wow. Ich bin der Man in the Mirror. Schmeiß den einmal aus, Sie bitte. Mann, ich weiß, wie das geht. Mäus? Hallo? Da kommt noch jemand dazu? Ein paar Sekunden später. Ob zum Therapeuten oder zum Lebensberater oder zum Psychologen, egal. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Sie hätten nie gedacht, dass wir aus diesem Loch rauskommen. Und jetzt versuchen die, weil zu viele auf unserer Seite sind, auf politisch, wie weiß ihr. Warte, morgen. Bleib du, wo du willst. Ich bin nicht in Deutschland. Ich bin nicht in Deutschland. Warte. Geh mal kurz weg da. Das ist, das ist nicht Deutschland, dieser Restaurant. Boas. Dieser Nummernzeichen. Ich bin nicht in Köln. Lagerraum 365. Ich bin abgehauen, ne? Oh. Interessant. Was war das? Was immer das für ein Beitrag sein sollte, wir werden es nicht eruieren. Was war das? Okay. Keine Ahnung, da hat jemand den Link irgendwie aus Versehen aktiviert und wollte uns eine Boja. Ich glaube, dass die Boja nicht für uns gedacht war. Ich glaube. Ja. Ja. Noch jemand. Wow, heute steckt die Energie an, die Lebensenergie, wo es umgeht heute. Vielleicht mag sich noch für den Anfang mal noch jemand zeigen. Ich habe viele gesehen, die so viele teure Sachen an hatten und noch immer kein Herz hatten. Und so viele gesehen, die gar nichts hatten. Und ihr Herz war einfach teurer als alles, was diese Menschen besitzen. Das wollte ich sagen. Und deshalb liest bitte immer wieder durch die Zeilen und durch die Späße. Ach gut, irgendetwas? Weil ich mache immer auch Stumke. Ja, ich habe immer Stumke. Und das ist ein ganz spannender. Der war ja gar nicht jetzt bei uns. Genau. Hallo Helmut, schön dich zu sehen. Jetzt auch Hallo. Grüß dich. Servus. Jetzt schauen wir mal, ist es noch eine fünfte Person im Raum? Moa oder Mois? Richtig fresh, schon fertig, cardio fertig, training fertig. Bald kommen Moves, Alter. Ich freue mich. Die beste Form des Lebens muss jetzt sein, Alter. Was ist das? Den solltest du blockieren. Ich glaube auch, oder? Der ist komisch. Ja, das ist, das wüsste ich auch gerne. Hast du denn jetzt das rausgeschickt? Wir haben einfach bis jetzt durchgehasselt. Obwohl er seinen Release hat, hat er mit mir einfach, und das ist kein Joke. Wir haben einfach vier Songs fertig gemacht. Wie seid ihr denn hier in diesem Link gekommen? Bruder, einer hat noch gefällt. Hallo? Einer hat noch gefällt. Hallo? Äh... Schon sehr spooky, sehr seltsam.